Aaaaaaah Das klingt jetzt gleich Nun haben wir noch einen Eilauftrag im fertigen Munze dann Bauen wir mal die Spinnplatten rein Aaaaaah 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 Okay. Okay. Nice. It was a little bit. Let's go. So, und wo haben wir, oops, schon wieder los. und mit Sonnbaum. So, neuer Schlauch ist drin. Muss ja schnell gehen. Kaffee ist ja wieder kalt von ihr. Ja, den wir zu den Pappen schicken. Eigentlich cool mit Sonnenbrüder haben wir jetzt hier das aufgehoben. Jusse! 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 Ja! Jusse! 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 Das war's für heute. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das kommt rein. Fällig. Gib mal die zweite Stopp. So. Fällig, cool mit Sonnenwelle, ja, am Schrauben. Ja, nicht schlechter. Was hast du gemacht? Neue Kennzeichen-Eleichtung oder was? Ja. L.E.G. Na, meint man. Ich sehe alles. L.E.G. Ah, der liebt sein Auto. L.E.G. Das wird Transformation wieder einmal selten in diesem Moment. L.E.G. 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 Herr Elf, da muss ich ja keine Angst haben. So, jetzt. So, jetzt. Fui, Paul. Fui? Paul! Riech mal, wie das riecht jetzt so, was im Regen. Riech mal, riech mal, riech mal. Riech mal, riech mal, riech mal, riech mal. Riech mal, riech mal, riech mal, riech mal, riech mal. Riech mal, riech mal, riech mal. 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 Wo ist denn Papa? Wo ist Papa? Papa sieht das? Papa sieht Keller mal auf Lichter Kommen die Lichtsegel an Papa? Ja? Na wo warst du? Hände waschen Muss ja auch mal sein Habe ich doch Zeit Papa ist auch nicht im Keller Indiana Hände es mir wieder mit Hallo Ja Alles klar? Mein Halb Sie werden jung Und ich habe mir eine Kapuze gebaut Ja die hat keinen Mittagsschlaf gemacht Sie hat vorhin nicht schlafen Und gewonnen Er hat dann sie irgendwann in Ruhe gelassen Aber sobald er in ihre Nähe kam hat sie ihn wieder angegriffen Vernünftig Und sie hat ihn dann auch aus diesem Wasserbecken raus geschubst Möge es immer so sein wenn Jungs in ihre Nähe kommen Ich habe ihn dann aufgefangen Ja weil die eigenen Mütter ja unfähig sind Der Vater hat ein Bier getrunken Der Vater hat ein Bier getrunken Ja Ihm solltest er auch ins Wasserbecken reinschubsen Er fand ich auch unmöglich Unerhört Na gut wir gehen mal rein Guck mal die ist so müde Hat doch immer Ja Er liebt sich Ach ja Der Regenschirm ist von euch Den hat er noch nicht gefunden Ja Mami Wo kommt der hin? Aufstehen Ja Nach unten kommt der Ist ja nett von Elke Drückt sie mir den in die Hand Und geht Ja Der hängt dort immer an der Garderobe Wo ist denn jetzt denn? Dafür haben sie keinen Schlüssel Wo ist denn jetzt denn? Stehen sie da vor dem Hausbügel Ich kann jetzt so schnell Schwern Du hast geistован In der Leitungen Alle Das hier Abenteuer